Das Bild ist Teil der Reihe Elemente, die sich in der Umgebung Langwasser Südost befindet und entstand 2018. Das Element Erde wird dargestellt durch die unter und auf der Erde lebenden Ameisen und Erdmännchen. Als waschechter Franke ist Heiner Kies, freier Künstler, in Nürnberg geboren, aufgewachsen und tief im urbanen Herz Mittelfrankens verwurzelt. Seine Mission war schon früh klar, die Stadt muss bunt werden. Lange Zeit war die Kunst sein wichtigster Ausgleich zum grauen Arbeitsalltag, bis er sich entschied sein Hobby zum Beruf zu machen. Sein Interesse an Malerei und Gestaltung entwickelte sich schon früh und ist geprägt vom intensiven Austausch mit anderen Künstlern. Schon bald wurde ihm das Papier zu klein und er suchte die Herausforderung ganzer Wände. Das Mittel seiner Wahl, die Sprühdose. Wichtiger als die theoretische Auseinandersetzung mit der Kunst war für ihn schon immer die Praxis. Sie möchten wissen, wie das aussieht? Schauen Sie sich in seiner Galerie um. Schauen Sie beim Nacho hier. Schauen Sie am Talerkö